Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 zusammen mit Wirbelstubel P. Hallöchen. Und wir machen jetzt die Map Marble Dash. Nachdem wir unsere obligatorischen Probleme hatten, unsere technischen Probleme. Ja, und dann wollten wir starten und ja, dann wurde es aus Recht nichts. Oh, da brauchen wir einen Fault. Ja, nee, natürlich, nee, 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 sorry. Ich habe nichts gesagt. Oha, oha. Wer hat nochmal ein Marble Dash rausgesucht? Das waren wir beide, mehr oder weniger. Ja, lass mich doch durch. Ja, wieso? Ich gehe zuerst. Oh. 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 Du musst, äh, musst du hierbleiben und einmal hier im Portal machen und einmal, da. Ja. Ich muss nur gucken, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Äh, muss ich mich da durch diese Kammer durchschleusen und, ne? Weißt schon. Wir hätten es natürlich auch umgekehrt machen können, aber... Passt schon. Wow. Wow. Ah. Knopf. Du hast gezeigt. Du hast noch nicht gedrückt. Ja, ich, ich, ich habe schon gedrückt gehabt. Ich habe nur zuerst wieder die falsche Taste erwischt. Achso. Äh, jetzt habe ich hier was gedrückt und jetzt müsste irgendwas passiert sein eigentlich. Also, ich stehe genau vor dem... Siehst du, da unten ist ja auch bei dir der Punkt und ich bin da jetzt auch. But nothing happened. Das ist seltsam. Vielleicht ist doch etwas happened. Ja, aber jetzt komme ich hier nämlich wieder raus. Ich gucke noch. Wieso? Hä? Ist hier was? Oh, hier ist ein Knöpfle. Ein Knöpfle? Was ist da? Ja, das war vielleicht hier jetzt. Was ist hier? Ah, hier kommt die Kugel durch. Oh. Hast du den Schalter gerade nochmal gedrückt? Nee, aber ich muss da erstmal nochmal hin auch. Ach, das ist ja wieder herrlich. Natürlich. Hui. Ja, ja. So. Warte, dann drücke ich jetzt mal. Kugel. Ich habe die Kugel. Kannst du da jetzt nur nicht rausbringen, weil sonst wird die ja kaputt gemacht. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich hier nach unten durchwerfen. Du bist da wahrscheinlich unten. Äh, äh, äh. Nein, Moment. Oh. Oh. Da musst du irgendwie hin. Falte Seite. Ja, ja. Oh nein. Was für ein Spam, du musst wieder die jetzt fangen. Oh nein. Komm ein Stück rüber. Ja. Bereit? Nein. Bereit? Nein. Da. Oh. Okay. Was hat das getan? Oh. Bam. Du weißt aber auch freudig daran. Ich habe das jetzt irgendwie... Oh. Komm. Oh? Oh. Bin ich so falsch... Hey, hey, hey. Ah. Falschen Weg gelatscht. Nee. Oh. Stuh. Ich komme nicht mal zurück. Ich habe die Kugel mal rausgenommen. Du müsstest da herkommen können. Bitte. Zu freundlich. Die Sache ist nur... Ach so. Oh, das war so gemein hier. Wir kommen da nicht hoch. Das ist die einzige Möglichkeit. Weil, guck mal. Hier ist eine portaltierbare Fläche. Aber wo ist auf unserer Seite eine, die wir erreichen können? Weil da kommst du nicht drauf. Ich bin etwas überfragt. Konnte man die noch woanders irgendwo rein tun? Ich hätte die jetzt einfach... Oh Gott. Nee, kannst du nicht durch. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht durch. Nee, dann bleibt ja nur das hier. Kann ich hier drücken nochmal? Hä? Oh, da kam hier noch eine neue raus. Ups, stimmt ja. Da war ja was. Aber ich wollte gerade sagen. Weißt du, ich will die Kugel hier gerade reintun. Lass sie los. Und in dem Moment geht sie kaputt. Ist das dein Ernst? Sorry. Ja. Ich muss ja vielleicht auch erstmal vorbereiten, ist du, ne? Tut mir leid. Normalerweise sind doch die Rollen da anders. Du bereitest vor und ich presche vor. Ja, keine Ahnung. Ja, ich fliege, siehst du doch. Nee, du fliegst nicht. Doch, ich bin hier oben. Dann bist du an mir vorbeigeflogen, ohne dass ich es merke. Ja. Oh nein, du, es muss... Bereit? Nein. Bereit? Nein. Gibt das Ding. Okay. Also doch bereit. Hier oben kann ich auch kein Portal schießen. Schießelt die Schubsi. Das ist also auch Sackgasse. Es sei denn, einer von uns geht vorher durch. Ja, das meinte ich ja eben, deswegen wollte ich nochmal runter und dann nochmal rein. Ja, okay, dann mache ich nochmal... Oh Gott. Alter, Stu! Ach, da geht denn was weg oder was? Ja. Das wusste ich ja nicht. Ich find da noch... Ich stand da noch drauf. Oh, Tatsache, da geht echt was weg. Ja. Das wusste ich ja nicht. Geh nochmal zurück oder nimm du mal den Ball. Ach, du hast den ja noch. Ich hab mein... Hab mein ich was gesehen. Und zwar... Zeige ich das richtig? Ja, da kann man sich irgendwo einsperren lassen, da bei dieser Schleuderplattform. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber... Ich bin jetzt noch nicht drin, ne? Ja, aber... Du kannst dir ja mal ein bisschen umgucken, vielleicht findest du hier was. Ich mein, hier ist halt was für die... Nochmal für eine Kugel? Ja. Ähm... Vielleicht kann ich dir die Kugel rüber passen. Ja, ich glaub, das muss irgendwie... Wieso ist der... Oh Gott. Wenn ich die hier reingehe, da wo es gerade runtergegangen ist... Ähm... Wo du untergegangen bist, schauen wir mal da nach oben jetzt. Ah, I see. Oh nein. Ohaah. Das heißt, es kommt da auch noch auf Glück an oder was? Wollt ihr mich verarschen? Oh, warte. Stu, Stu. Was? Guck mal, hier, da oben. Ja, was da oben? Das ist ein Portal-Tierblare. Wahre Fläche. Meinst du die hier? Ja. Ja, die hab ich schon längst gesehen. Dadurch hab ich mich ständig rübergeschleudert. Okay. Sorry. Ich dachte, ich hätte jetzt... Ach, Alter. Von hier sieht die komplett anders aus, als... Oh. Ich bin durchgegangen. Das ist nicht unser Tag, ne? Nein. Das wirkt es schon. Das wird nichts. Hui. Äh. Äh. Bin ich dagegen geklatscht. Äh. Äh. Was ist das? Nö. 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 Ich bin... Ich bin raus. Nö. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was das hier wieder sollte. Also... Nö. Läuft gut, du. Läuft gut. Was ist denn da los? Komm, wir ist aber... Danke. Bitte gerne. Ach, falsche Seite mal wieder. Warte. Ja, ich muss ja sowieso warten. Und dann heißt es wieder... Bereit? Nein. Ja, du musst mir erst mal mit dem Knopf das Ding holen. Ach ja. War ich ja doch auf der richtigen Seite. Oh Gott. So, hab's. War mein Gedanke ja doch ganz richtig, dass ich erst da hin muss. So, dann muss ich dir erst den Wheatley runterpassen. Yes. Da, kriegst du einen Wheatley. Danke. Bitte. Fang mich auf, fang mich auf, fang mich auf. Nö. So, Leo, Kampagne. Ich hab's noch nie geschafft, den aufzufangen. Ich weiß gar nicht, ob das geht und dann eine Errungenschaft geht oder gibt oder... I don't know. Ja, komm, dann geh ich mal rüber. Oder willst du... Nö, okay. Ab von... von wo muss ich denn schmeißen? Erst mal aufpassen, dass die... Ach so, wir müssen die reinlegen. Guck mal. Weil dann ist nämlich das Gitter gleichzeitig weg und dann kannst du da durchschießen. Und hier schießen. Und musst du dann hier im Sprung reinpacken und hoffen, dass sie nicht die Dinge ziehen fällt. Aber warte, 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 warte. Nein, nein. Darunter ist ja jetzt Wasser. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, du willst es jetzt schmeißen. Weil ich muss ja die Kugel rausnehmen. Dann ändert sich das. Und jetzt muss ich hoffen, dass sie diesmal nicht in das Dingens kommt, ne? Ist das ein Kack? Soll ich vielleicht mal? Ja, mach du mal. Dann darfst du jetzt aber auch schleudern. Ach so. Ja gut, warte. Oder ne, das ist, glaube ich, egal. Ne, das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal, aber jetzt schleudere ich. Bei mir hat es ja gerade so Probleme gemacht. Ach so? Jetzt, vielleicht habe ich. Okay. Ja? Ja. Sagen wir nichts zu, ne? Nö. Emoten wir einfach nur. Alter! Schön, dass es nicht nur mir so geht. So, jetzt muss ich hier irgendwo einen Knöpfle drücken. Wo, wo, wo ist das denn hier? Ja, da, ne, andere Seite, wo du reinkamst, ist es direkt. Und wenn du da nach oben guckst, dann kannst du ihn am besten fangen. Ach so, okay. So. Wo muss ich jetzt lang? Da lang. Ja, auf die andere. Genau da. Genau hier. Ja. Hi. Bereit. Oh Gott. Oh! Kugel, komm her! Nein, Kugel! Kugel! Wir sollten die Rollen wieder tauschen. Ja, ich merkte schon. Läuft gut. Ja, aber sowas von. Okay, fertig. Boing! Ui, ich bin richtig. Ich muss gerade sagen, wenn es funktioniert, das auf Anhieb. Sollte die Kugel runterrollen, damit ich mich nicht kaputt mache? Die ist ja noch da. Ja, die ist noch, jo. Nein. Da kommt sie. Oh Gott. Oh mein Gott. Einfach nur just for the lols. Ich mach das jetzt mal. Ja, aber du musst erst die Kugel da reinlegen, damit du durchschießen kannst. Ich see. Ah ja, stimmt. Oh, wie fies. Das andere geht weg. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ach so. Sorry. Ich dachte, du hast schon geschossen. Nein. Oh, warte, warte, warte. Ähm. 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 Die hintere Plattform geht ja runter. Ja. Und vielleicht schaffe ich es ja, ähm, der schnell genug durchzuschießen. Weißt du, dann ist die weiter weg von dieser blauen Fläche. You know? Ich wüsste nicht, was das bringen soll, weil das wäre, du meinst, äh, du willst das Portal hier hinschießen. Nein. Oder, ach ne, du willst es da hinschießen. Ja. Wenn dich das bewegt, kannst du keine Portale drauf platzieren. Ah, okay. Das geht nur, während es steht. Ach, schade. Weil ich dachte, weil dann ist die, dann ist die ja weiter weg von dem blauen Ding, deswegen. So. Ja, bin da. Äh. Ach, kann ich da nicht hoch? Nee, das ist das Problem eben. Oh, ich kann nur reinwerfen, na geil. Okay. Ja! Haha! Nein, wieso klappt das bei dir? Gut, zwar aber auch der dritte Versuch, äh, insgesamt, alle guten Dinge drei, also, ne? Oh. Ja, ich muss rüber, du musst mir die Kugel weitergeben. Ich weiß schon, wie das ist. Und das war ja, na? Du kannst hier ja reinrollen, ne? Im Laufen einfach, dann, dann roll dich da runter. Oh Gott, das geht nicht, Stu. Achso. Brauchen wir jetzt, nee, Quatsch, wir können uns ja nicht noch reinholen. Warte, 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 warte. Ich komme zurück, stimmt ja, da geht ja dann die Dingens runter. Es bleibt, du weißt sie mir hoch. Achso, na klar. Dass du sie rausnimmst und mit dann hochreißt. Hab sie. Okay. Und jetzt gehst du einmal außen rum. Äh, nicht da lang. Das andere außen rum. Und dann nach rechts. Und dann siehst du da auch schon den Blazer. Und das Gute ist, die kann da gar nicht kaputt gehen, hier. Okay. So. Und das hat uns jetzt was gebracht? Äh. Ach, da eine portaltierbare Fläche, da war vorher Wasser. Hui. Ja, aber. Bumm. Was bringt's? Ja, keine Ahnung, irgendwo können wir uns dann wahrscheinlich schleudern. Ja, ich sehe auch schon, wo. Witt. Ja, da kann man sich dann rüberschleudern. Oh. Da ich das jetzt vorbereitet habe, musst du da reinjumpen. Oh. Oh. Okay. Hui. Bams. Und jetzt darfst du dasselbe mit mir machen. Du müsstest von hier aus auch dorthin schießen können. Am besten zoomen. Ne, ich komme oben nicht ran. Du kommst oben nicht ran? Ne. Ah. Ja, ich sehe es gerade. Das ist ja ekelhaft. Ich, warte mal, hier sind ja verschiedene Knöpfe und so. Vielleicht. Ja. Ja, da ist auch eine Lichtbrücke. Ich sehe es hier gerade schon. Ja, ja, deswegen. Ich muss hier, glaube ich. Dann musst du mal gucken, dass du mir vielleicht die Lichtbrücke irgendwie kriegst. Ich schau gerade mal unten rechts, was du sowas so chilliges hast. Keine Lichtbrücke für mich, ne? Alter, das geht auf Zeit, okay. Ja, ist auch keine Lichtbrücke für mich. Okay, das geht super schnell weg. Wenn du dich da auf den Schalter stellst. Ja, das mache ich jetzt gleich mal. Ich gucke jetzt nur mal kurz, was das hier noch macht. Ja, jetzt müssen wir dann zusammen... Dann brauchen wir dann auch die Kugel. Oh mein Gott. Und das müssen wir irgendwie zusammen dann machen. Naja, dann stelle ich mich mal auf den Schalter. Äh. Ja, aber ich habe hier aber nichts. Und vor allem die zwei Schalter, die sind viel zu kurz. Oh, warte, ne, du kannst es doch mit mir machen, mich rüberbringen. Komm mal nochmal nach vorne. Ich mache mir bereits mir vor, dann setzt du oben schon mal im Portal und setzt das andere unter mir drunter. Also, dann klappt es ja trotzdem. Okay. Verstehst du, wie ich meine? Ja. So, und jetzt das Rote. Weil unten kommst du ja ran. Hi! Hi! Okay. So. Dann machen wir mal diesen... Okay, ich muss jetzt rechts rein. Okay. Ähm... Das hat jetzt was gebracht? Das hat jetzt was... Vor allem, weil ich das hier öffnen kann, ne? Bei dir ist jetzt auf jeden Fall... Ist das hier jetzt weggegangen? Oh, geht das? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das geht dann weg. Ja. Das kann sein. Äh. Hm. Boing. Nee. Das ist noch da. Ja, ich habe ihn einfach gedrückt, weil ich mir nicht sicher war. Äh. Halt, das war das andere. Äh. Achso. Ist aber noch da. Aber ich kann ja schon mal durchschießen. Oh, nee, das macht auch irgendwas da oben. Guck mal hier hoch. Oh, okay. Ich glaube, da macht es irgendwas. Okay, aber ich kann... Lass mal nochmal drücken. Ja, das macht da oben die, äh... Blatt vor, äh, die, die, den Strahl weg. Okay, ich... Ich konnte hier unten jetzt ein Portal setzen. Und wenn ich jetzt auf den schalte... vielleicht... Bei mir drüben kann ich auch eins setzen. Aber was ergibt das für einen Sinn? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Warum, warum soll ich bei mir hier das Ding wegmachen? Ich meine, gut ja, dann verliere ich mein Portal hier unten, aber... Ach, warte mal. Ich kann ja, wenn du es wegmachst, hier durchgehen und unten eins hinsetzen. Wenn du dich auf den draufstellst, dann kann ich woanders vielleicht was machen. Äh, flipp. Weil es gibt ja hier eine... Flipp. Es gibt ja hier eine Schleuderplattform. Äh. Ja? Was? Eine Brücke. Wie ist die denn jetzt gekommen? Frag mich nicht. Frag mich nicht. Ist das passiert, als wir die beiden Schalter gedrückt haben? Ja, aber wieso dann das Zeitlimit, wenn die bleibt? Keine Ahnung. Ist der jetzt ein Cube? Hier ist gar nichts. Der ist ein Cube, guck mal. Ja, und hier, wo ich jetzt rein bin, unter diesen roten Strahlen, ne? Hier ist gar nichts. Okay. Wieso kann man da ein Portal setzen? Aber guck mal, eins haben wir schon irgendwie aktiviert. Wenn man jetzt da bei dem, bei dem Ziel guckt. Ja. Ja, Tatsache. Aber wo ist denn hier die, die Welle? Oh. Ich ahne, was wir wollen. Oh Gott. Das bedeutet nie irgendetwas Gutes. Man kann da hinten einen unendlichen Fall machen. Man kann rechts das Laser-Ding deaktivieren. Und man kann irgendwie dann später eben diesen Laser da auch deaktivieren. Also mit dem ersten Laser meinte ich hier das Auflösungsgitter. Und wenn man dann diesen Laser hier deaktiviert, kann man sich über den unendlichen Fall genug Aufschwung bei deinem Laser da drüben holen, dass man oben durch dieses Gitter hier im Sprung hier rüber im Portal schießen kann zu mir. Weißt du, wie ich meine? Das klingt verlockend. Nicht. Ich weiß nur noch nicht, wie man diesen Laser da unten deaktiviert. Wenn ich mich drauf stelle, ist der dann deaktiviert. Warte mal. Nö. Ne. Ist nur wirklich das... Oh. Ha ha ha. Man muss nicht mehr springen. Ah. Kriegt das auch so dadurch. Okay, aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Gitter weg, ne? Oh, warte. Mhm. Also ich soll darüber wahrscheinlich... Ne, du sollst darüber zu mir rüberkommen. Wahrscheinlich dann, ne? Weil dann können wir die Kugel durch das aufgelöste Gitter zu dir rüberbringen. Was ich jetzt noch nicht mache, weil ich noch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Passiert irgendwas, wenn ich die wegnehme? Ähm. Stell ihn mal wieder auf den Knöppel. Ne, ich glaub nicht. Stell dich mal wieder auf den Knöppel, bitte. Naja. Äh. Oh, ne, ich weiß wie. Oh, das ist zu dir. Eigentlich total easy. Eigentlich total easy. Äh. Äh. Rolling. See me rolling. They see me rolling. They hating. So. That's it? Das haben wir schon drin. Ja. Eigentlich ganz easy, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt... Aber da oben ist noch ein Cube. Ja, das meinte ich... Da ist noch irgendwas. Ich gucke wahrscheinlich nicht auf. Das meinte ich eben. Da oben ist noch ein Cube. Ja, komm mal her. Wir würden einfach mal testen. Hä? Okay. Was soll der Cube da oben dann? I don't know. Ach ne, wir haben ja vorher, als wir gleichzeitig gedrückt haben, das Gitter, äh, die Brücke aufgelöst. Dann ist der Cube runtergegangen und auf den Schalter gekommen. Ja. Dadurch? Ah, weil doch auch orange leuchtet. Ah. Ah. Very good. Ich bin noch nicht dran. Doch, ich bin... Alter! Es... Alter! Was? Das war gerade ganz... Ganz... Ganz strange. Geh in deine Kammer und gut es. Okay. Ich geh ja schon. Oh. Oh mein Gott. Die Kammer war super. Ja, war sehr gut. Die hat auch mit, äh, 23 Minuten eine angenehme Länge gehabt. Ja. Nice. Auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass es euch auch gefallen hat. Mhm. Und, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Schaut bei den jeweils anderen vorbei. Und bis dann. Ciao, ciao.